Hallo, ich bin Kimberly. Ich bin elf Jahre alt und komme aus Oberkirchen. Ich mache seit vier Jahren Judo bei den Raptors in Oberkirchen. Ich bin dort Westfalenmeisterin geworden. Seit ich klein bin, betreibe ich auch Schwimmen. Ich bin ein kleiner Wirbelwind und kann nie still sitzen. Ich schaue Ninja Warrior und finde es cool, dass es das jetzt auch für Kinder gibt. Und ich bin Kimberly. Ich werde das Ding rocken. Hi, ich bin 15 Jahre alt, komme aus Oberkirchen, mache seit vier Jahren Judo. Ich habe in der AG angefangen, wurde zweimal Beziehungsmeister, habe auch einen Wettkampf international gekämpft, spiele seit zwei Jahren im VfL Bückeburg Fußball und habe generell Spaß am Sport. und ich gucke öfter mal Ninja Warrior und möchte da sehr gerne mitmachen. Ich bin Kimberly. Ich glaube, ich komme schon weit. Ich bin Tim. Ich glaube, dass ich bei Ninja Warrior schon weit komme. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017